Ave, ave, herum corpus, natum de Maria, virgine. Virgine passum, immolatum, in crucem pro Bommine. Von Perle zu Perle pilgern auf dem Fränkischen Marienweg. Vom Zeiler Käpperle zur Ritterkapelle Haßfurt. Die nun vor dem Pilger liegende Strecke beträgt ca. 13 km. Zunächst führt der Weg durch einen schattigen Mischwald und später vorbei an Weinberge, hinab nach Zeil und von da aus zur Ritterkapelle am Stadtrand von Haßfurt. Die Ritterkapelle, eine der ältesten Wallfahrtskirchen des Bistums Würzburg, zählt zu den bedeutendsten Baudenkmälern Ostfrankens. Besonders der Chor gewährt durch den Reichtum seiner Ornamentik und der reichen Pfeilergliederung einen unvergesslichen Eindruck. Beeindruckend sind die 3-Pass- und 4-Pass-Fenster mit ihrem hervorragenden Maßwerk, das bei jedem Fenster anders gestaltet ist. Einzigartig in Deutschland ist die begrönende Maßwerkgalerie und die schildführenden Engel. Insgesamt sind 248 Wappen am dreifach gereihten Fries rund um den gesamten Chor zu säen. Ein spätromanischer Vorgängerbau der heutigen Kirche war die erste Pfarrkirche von Haßfurt. Eine 1406 gegründete Priesterbruderschaft, der auch zahlreiche Ritter und Adelige beitraten, daher der Name Ritterkapelle und die vielen Wappen, sorgte zu Beginn des 15. Jahrhunderts für einen Neubau der Marienkapelle. Zwei tiefgreifende Umbauten wurden für das heutige Gesicht der Kirche bestimmend, die unter Fürstbischof Julius Echter in den Jahren 1603-1605 sowie die Restaurierung mit neugotischem Umbau unter der Leitung von Karl Alexander von Heidelhoff von 1856 bis 1865. Über dem Westportal befindet sich im Thumbannon ein prachtvoll ausgebildetes Relief. Es zeigt die Reise der Heiligen Drei Könige durch eine felsige Landschaft zur Krippe und die Anbetung des Erlösers. Der aufmerksame Betrachter erkennt über der Anbetungsszene die Verkündigung an die Hirten durch die Engel. Zu beiden Seiten des Thumbannons stehen auf Pfeilervorsprüngen die Figuren der Mutter Gottes mit dem Jesuskind und des Erzengels Michael im Kampf mit dem Drachen. Beidseitig des Hauptportals zwei Grablatten aus dem 16. Jahrhundert. Die drei spätgotischen Maßwerkfenster mit plastisch ausgearbeiteten figürlichen Schmuck zeigen von links den Heiligen Georg als Schutzheiliger der Ritter, in der Mitte eine Kreuzigungsszene und rechts davon den Heiligen Christophorus mit dem Jesuskind auf dem Rücken. Darüber im Giebelfeld zieren zwei Ritter und der Heilige Kilian die Westfassade. An der Südfassade neben den ersten Strebepfeiler eine zweiteilige Wappentafel. Der untere Teil zeigt eine Inschrift zur Grundsteinlegung von 1431 und Vollendung der Kapelle im Jahr 1438. Der obere Teil zeigt in der Mitte das päpstliche Wappen, darunter hält ein Engel die Wappen von König Albrecht II. und Bischof Johann von Brunn. Die schmale Pforte neben der Wappentafel heißt im Volksmund Hasenpferdlein. Unter der Konsole einer leeren Figurennische sind zwei Hasen zu sehen, wahrscheinlich auf Anspielung auf das Wappen von Hasford, das einen Hasen zeigt. Zwischen den dritten und vierten Strebepfeiler eine Ölbergkapelle, die 1890 errichtet wurde. Am Übergang zwischen Langhaus und Chor etwas schräg gestellt das Spitalpferdlein. Darüber ein prachtvolles zweigeteiltes Tympanon von 1445. Im unteren Teil kniet das Stifter-Ehebaar Georg von Bebenburg und seine Frau Elisabeth von Seinsheim neben ihrem Wappen. Im oberen Teil eine Kreuzigungsszene. Fünf Engel fangen das Blut des Herrn aus seinen Wunden auf. Rechts daneben nehmen Teufel den Leib des Schechers vom Kreuz und auf der anderen Seite Engel, die sich der Seele des reumütigen Schechers annehmen. An der Nordseite des Chores, am Rande des Friedhofes, eine monumentale Kreuzigungsgruppe. An der Nordwand des Langhauses befinden sich weitere Epidaphien. Betritt der Pilger die Kirche über das Westportal, erkennt er in dem darüber liegenden Kreuzgewölbe eine Figur eines nackten, ausgestreckten Mannes, den sogenannten Viertugendmann. Nicht gesichert ist seine Deutung als himmlischer Mensch oder neuer Adam. Nach der Renovierung 2010 wirkt der gesamte Kirchenraum hell, lichtdurchflutet, harmonisch und von beeindruckender Farbigkeit. Der Chor ist mit seinem netzartigen Parallelgewölbe aufwendig gearbeitet und mit den wieder freigelegten Ornamenten strahlt er die ganze filigrane Durchlässigkeit der Godik aus. Die Wappenreihe an der Außenfassade des Chores setzt sich im Innern in den Schlusssteinen mit reicher heraldischer Zier fort, mit der Darstellung von 25 Wappen der wichtigsten fränkischen Familien, vermutlich Mitglieder der Marienbruderschaft. Die schlanken, hohen, mit unterschiedlichen Maßwerk verzierten Fenster verleihen dem Chor eine gewisse Eleganz und Leichtigkeit. Das farbige Mittelfenster des Chores, das sogenannte Marienfenster, zeigt eine Schutzmantel Madonna, unter deren Mantel die verschiedenen Stände Schutz finden. Mehrere Wappen, zur Linken und zur Rechten der Madonna, geben Zeugnis von Persönlichkeiten, die eng mit der Geschichte der Ritterkapelle verbunden waren. Darunter sind Szenen aus der Weihnachtsgeschichte abgebildet. Das Fenster ist eine Stiftung von vier Familien aus Haßfurt aus dem Jahr 1948. Der neugotische Hochaltar wurde nach Entwürfen Heidelhoffs aus dem Jahre 1862 von Josef Metzger 1878-82 geschaffen. In den zwei Geschossen mit Filialbegrönung stehen die zwölf Apostel zu beiden Seiten des Tabernakels. Darüber betrauert die Gottesmutter den Leichnam ihres Sohnes. An den Wänden ein 1890 gemalter Kreuzweg von dem Bamberger Maler Franz Josef Seidlein. Unter dem zentralen Chorbogen befindet sich der neu gestaltete Altarraum mit Volksaltar, Ambo und Seidilien. Hinter dem neuen Altar ist eine vergoldete Stähle angebracht, die nun beide Hass vor der Gnadenbilder birgt. Auf der Vorderseite mit Blick zum Volk steht die farbig gefasste Holzbieta aus der Zeit um 1480. Dieses Andachtsbild vermittelt dem Betrachter weniger das Leid und den Schmerz, sondern eher die Vollendung des Leidens, die Auferstehung und Erlösung sowie die Hoffnung, dass das Leid nicht vergebens ist. Auf der Rückseite der Marienstähle steht das ursprüngliche Gnadenbild, die schmerzvolle Pieta. Das um 1400 geschaffene Vesperbild aus Sandstein zeigt die von Trauer geprägte Muttergottes. Ihr Gesichtsausdruck ist von Schmerz erfüllt. Der vom Kreuz genommene Leichnam Jesu liegt auf ihrem Schoß. Links stützt ein Trostengel Kopf und Schulter des Leichnams, eine äußerst seltene Variante des Vesperbildes. Die Aussage dieser Darstellung ist eindeutig. Auch in der tiefsten Not sind wir nicht alleine, sondern Gott stellt uns immer wieder einen Trostengel zur Seite, der uns spürbare Hilfe in unserem Leid ist. Der Chor wird abgeschlossen von schräg gestellten Chorwänden und einen dreiteiligen, in der Höhe abgestuften Chorbogen. In der Mitte ein geschnitztes, ausdrucksvolles Chorbogenkreuz. Der Korpus ist von 1730, das Kruzifix ist neueren Datums. Das Langhaus ist im Gegensatz zu dem reich gegliederten Chorbau schlicht und künstlerisch eher anspruchslos. Der nüchterne Innenraum war dem einfachen Volk und den Bürgern vorbehalten, der Chorbau gehörte offenbar ganz dem Adel. Der spätgotische Dreikönigsaltar aus der Zeit um 1450 an der Nordwand des Langhauses kam erst 1960 aus der Pfarrkirche in die Kapelle. Die Skulpturen sind allerdings eine moderne Ergänzung aus dem frühen 20. Jahrhundert von dem Würzburger Bildhauer Fried Heuler. Gegenüber an der Südwand steht ein Altar mit dem Ostergeschehen. Das bisher eingelagerte Renaissance-Relief mit einer originellen Darstellung der Auferstehung wurde gekonnt in einen eigens neu geschaffenen Stahlrahmen eingefügt. Als Begräbnis-Kirche und Versammlungsort der Marianischen Bruderschaft gleichermaßen genutzt, verwundert es nicht, dass sich in der Ritterkapelle zahlreiche Epidaphien des fränkischen Adels erhalten haben. An den Seitenwänden haben sich 14 Grabmäler und Epidaphien des 15. bis 18. Jahrhunderts erhalten. Die bedeutendsten liegen nebeneinander an der südlichen Langhauswand. Auffälligster Schmuck des Innenraumes ist das um 1603 entstandene Fresko des monumentalen, heiligen Christophorus mit dem Jesuskind auf der Schulter über der südlichen Hasenpforte. Er soll in traditioneller Weise die Gläubigen vor den Gefahren eines unvorbereiteten Todes schützen. Unter der Empore eine barocke Ölbergszene, bei der der Engel Jesus den Kelch reicht, Lukas 22,43. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Die gotischen Fresken verweisen mit den vier Evangelisten und den vier lateinischen Kirchenlehrern auf Schrift und Tradition als Quelle von Gottes Reich. 1890 erfolgte bei der Innenrenovierung des Kirchenraumes der Einbau einer völlig neuen Orgel durch die Würzburger Firma Baldassar Schlimbach. Der Prospekt der Schlimbach Orgel ist im neugotischen Stil in zwei Eichengehäusen angelegt. Der Spieltisch steht in der Mitte zwischen den Gehäusen. So lassen die gotischen Emporfenster natürliches Licht in den Raum und kommen selbst zur Wirkung. An den Langhauswänden befindet sich weiterer Figurenschmuck. An der Nordwand die heilige Katharina mit gebrochenem Rad und Schwert um 1440 und eine sogenannte schöne Madonna mit Kind und Krone um 1420. An der Südwand die heilige Maria Magdalena mit Salbgefäß um 1600 und der heilige Urban mit Papst Krone ebenfalls um 1600 gefertigt. So zeigt sich nunmehr das Gotteshaus in einer harmonischen Ausgestaltung und Formensprache, ein Gnadenort, der Zeugnisse einer Jahrhunderte alten Glaubensgeschichte stimmig vereint. Der Pilger sollte sich keinesfalls nun auf den Weg zur nächsten Perle begeben, sondern sich Zeit nehmen und die sehenswerte Altstadt besuchen. Er entdeckt romantische Gassen mit historischen Fachwerkhäusern und Teile der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Sehenswert ist auch die spätgotische Stadtpfarrkirche St. Kilian mit ihren beiden echter Türmen. Die Grundsteinlegung erfolgte 1390 unter Fürstbischof Gerhard von Schwarzburg. Das Gotteshaus ist eine dreischiffige Hallenkirche mit eingezogenem Chor. Der dreiteilige, 1993 gefertigte Hochaltar birgt die von Tilman Riemenschneider gefertigten Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan. Die Kreuzigungsgruppe im Chorbogen und die Figur des heiligen Franz von Sales sind neueren Datums und stammen von dem Bildhauer Anton Rückel. Befürchtigungsgruppe im Chor Kalonat Mal Kn!". Untertitelung. BR 2018